Yo Leute, was geht ab? Ihr habt am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den wohl lustigsten TikTok-Branks. Erstmal ganz kurz am Anfang, Real Talk, vielen, vielen Dank, die letzten Folgen von diesen TikTok-Branks. Junge, die sind so krass abgegangen. Ich glaube, eine Folge hat, ich glaube, inzwischen so 1,3, 1,4 Millionen Klicks. Also kein Plan, was bei euch abgeht, aber ihr feiert die Serie wahrscheinlich übertrieben. Und ja, Freunde, genau aus dem Grund gibt es heute nochmal eine neue Folge, jetzt im Hintergrund, wir labern gar nicht lang drum rum. Wir haben wirklich sehr, sehr krasse Clips am Start. Lasst sehr gerne wie immer einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, Freunde. Wir starten rein und ich bin echt gespannt. Und aus dem Thumbnail, ihr habt es schon gesehen, diese Busch-Clips. Junge, ich habe... Let's go! Okay. Prank an Mann geht schief. Ich wette, Prediction, er hebt das Mail hoch und sie schleudert so oder irgendwas. Schatz, kannst du mir mal kurz helfen? Ja, Klaus, kannst du helfen? Kannst du mal kurz das hier in die Küchenmaschine einspannen, weil ich habe dreckige Hände. Ja, hey, du, ich... Es geht nicht weg. Und was ist das da drin? Bro, es klebt. Was ist das? Das? Denkst du, dass du mich verarschst? Oh, Junge! Was ein Macher, Junge! Ehrenwann, Junge, der weiß, wie es läuft. Okay, Prank an Frau. Kenn ich zu gut, ne? Wenn ich irgendwie ein Eis habe, meine Freundin auch. Einfach mal probieren. Aber was will der machen? Oder wo ist der Prank? Zwei, okay. Ja, what? Raus, ey! Hä? Falls ob die das einfach macht? Oh no. Oha, der Arme, der schläft. Ich glaube, das sind diese Dobra Twins oder wie die heißen. Ey, Junge, das ist so assi. Der hat sich auf chillig so ein bisschen hingelegt. Pool, ein bisschen Sonne genießen oder keine Ahnung was. Hä, der kann doch abzuhufen, Junge. Oha, jetzt wollt ihr den wecken? Das ist geil. Oh no. Okay, aber das ist cool, das ist gut. Aber man muss dazu sagen, Freunde, das sind extra Stühle. Ich habe es mir überlegt, mir den auch mal zu kaufen für einen Prank. Das Ding, was ihr hier gerade seht, das ist auch mit runtergefahren. Sobald er aufsteht, kommt das erst raus. Haha, Junge, die dachte ich auch, moin. Ja, Mann! Ja, wir warten für dich. Ja. Oh, Bruder, die hört sich jetzt komplett aus. Oh shit, das muss ich unbedingt mit meinem Dad oder so machen. Juri ist da so gut. Oh shit. Jetzt bewegt sich das Ding. Ich werde die be- Oh no. Bruder. Junge, ich dachte kurzzeitig irgendwie Herzinfarkt oder so. Oh my god, die ist einfach so auf uns stehen geblieben. Oh my god. Okay, aber das ist ja krass. Das ist ja krass. Oh, geiler. Oh, geil. Ja, der Typ denkt sich auch. Ja, nutzt mich hafs genommen. Okay, das ist cool, das ist süß. Aber gut, Freunde, machen wir weiter mit dem nächsten Prank. Und der ist ehrenlos auf einem ganz anderen Level. Ihr seht schon, der hat hier einfach so eine Fake-Spinne. Und macht die jetzt in die Klopapierrolle. Wickelt aber wieder was rum. Das heißt, der nächste, der dran zieht, da kommt die Spinne dann erst raus. Boah, Junge. Würde ich das, oder würde es meine Freundin, kriegt Heul- und Krampfanfälle, wenn die Spinnen sieht. Wenn ich das einmal machen würde, vorbei. Komplett vorbei, Junge. Aber wie will der jetzt versteckte Kamera machen, wenn Leute auf Klosen oder was? Boah, ist der selbe Typ von eben. Okay, der war strong, der war strong. Der war richtig gut. Aber ob das real ist, oder glaube ich nicht. Also ich weiß ja nicht, wenn ich in eine Tüte reinfurze, mache ich danach nicht noch so. Ich glaube, dann mache ich auch den hier. Prank-Extrem. Aber okay, gucken wir uns den nächsten Mal an. Auch ein deutscher Frank. Let's go. Oh no, er ist gerade im Meeting. Oder Telefonat. Warte mal. Ich will nur kurz festhalten. Zieht sie jetzt auf Ernst durch? Oder hat sie Fake-Haare? Wenn die jetzt durchzieht. Oh, Legende, Junge. Dafür bin ich gekommen hier. Oh mein Gott, sie macht's wirklich. Sie hat durchgezogen. Sie hat durchgezogen. Sie hat durchgezogen. Sie hat durchgezogen. Bro, sie hat durchgezogen. Sie hat's gemacht. Oh mein Gott, oh mein Gott, Junge. Geil, Mann, Junge. Aber der nächste Frank auch legendär. Und dann machen die jetzt einen Schild auf diese... Nachdem der Typ schon da sitzt, machen die ihn. Vorsicht, es wurde gerade neu gestrichen. Und jetzt, er wird wahrscheinlich einfach nur... Die labern irgendwas, der steht gleich auf. Alles ist rot. Und der Typ denkt sich... Das ist ein Handy. Auf dem Boden geschlossen. Das ist mein Lieferte. 14? Ja. Oh mein Gott, Digga. Uff, Lamborghini Aventador. Sehr, sehr krass. Das ist geil. Okay. Oh, Junge. Das sind so Pranks, ne? Wenn ich nachts in den Aufzug gehe und da steht eine Nonne oder sowas. Also im Real Talk, ich würde nicht reingehen. Ich würde mal respektieren. Es geht einfach nur, es geht einfach nur das Video zu der Skull-Track. Run. Oh, Bruder, auf einmal alles schwarz. Oh mein Gott. Oder was ist das? Geil. Oh mein Gott. Der ist geflogen, glaube ich. Bro, der Typ denkt auf einmal Fußballspiel, Junge. Aber gut, weiter geht's. Auch wieder ein Halloween-Prank, Freunde. Im Karton ist irgendwas drin. Ich weiß. Boah, wieder Chucky, die Puppe. Okay, leider. Du kannst diese Pustenblumen komplett auf... Oh, Deutsch. Okay, let's go. Einmal weg. Pusten. Probier's aus. Drei, zwei, eins. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga, wir müssen hier hoch. Geiler Typ. Geh, steck dir einfach die Blumen. Probier's aus. Drei, zwei, eins. Okay, das war's strong, Freunde. Okay. Überraschungs-Prank an türkischen Vater. Boah, Digga, jetzt gibt's noch so ein Audio-Gerät. Ey, warum machst du so eine Klasse? Was ist mit dir passiert? Geil. Ich glaube, war das dieser Jam-TV, der wieder heißt? Macht auf jeden Fall auch sehr, sehr geile Videos. Was passiert jetzt? Ah, ein Filter. Vorne das Windchen, der hängt sich ja. Das juckt mich nicht. Und sie hier. Boah, oh doch. Okay, vor allem der Nächste wird ein Airhorn-Break. Boah, ist auch so laut, ne? Und er tut so. Geil. Guck mal, jeder chillt da. Jeder liest so ein Buch, hat so sein Meeting oder so. Und dann kommt einfach er. Und da. Oha, Spiegel-Break an die Oma. Warum erschreckt die sich vor sich selber? Das ist Mann. Oha, was das? Oh mein Gott. Hier, let me help you out. Gotcha. Thank you. Oh mein Gott. What the fuck? That's okay. I don't know, thank you. What? My arm fell off. That's good. Sorry, just gonna leave it on the ground. Or can you, can you, please? I was like, oh my God, this is our own stuff. That is so, so good. Honest, that gets no work. Thank you. Thank you. Oh my God. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, wir kommen somit auch schon zum letzten Prank für das heutige Video. Und der ist wirklich legendär. Freunde, ich sage euch ehrlich, VM Pranks. Checkt den auf YouTube. Der hat mehrere Folgen davon schon gemacht. Das ist, glaube ich, ein russischer YouTuber. Aber so lustig. Der hat sie einfach als Busch verkleidet hier. Und jetzt guckt euch das an, Junge. Das ist so gut. Ah, die Leute kriegen ja einfach Herzinfarkt. Ey, das muss ich mal irgendwann machen, ne? Das ist so geil. Guckt euch das an. Das sieht aber auch so real aus. Jeder denkt sich... Ah, geil. Ey, legendär. Der hat kurz sein Leben an sich vorbeiziehen sehen, Junge. Oha, Digga. Er ist stramm geblieben. Der hat nicht mal gezuckt oder so. Der hat einfach nur so geguckt, als wäre es etwas Normales. Das ist geil. Mein Gesicht tut schon weh vom Lachen. Oha. Okay, aber kein Handy fallen gelassen. Auch sehr, sehr geil. Geil. Hallo. Und jetzt... Hallo. Guck mal, er macht nicht mal so. Er macht nur einmal so. Geil. Geil, geil, geil. Geil. Das ist so gut, ne? Okay, einen davon gucken wir. Komm, wir skippen mal irgendwo vor. Hier, einen letzten machen wir noch. Einfach mitten in der Fußgängerzone. Hey, ich sage euch ehrlich, Freunde. Richtig geiles Video. Ich verlinke euch mal alles in der Videobeschreibung. Von VN Pranks, Freunde. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Ihr müsst euch hier Sachen reinziehen. Der hat generell, ihr seht es auch gerade, noch ganz viele mehr von diesen Bush Pranks. Zieht euch das Ganze auf jeden Fall rein. Ich verlinke euch generell alles mal wieder in der Beschreibung. Alle TikToks und so auch alles in der Beschreibung. Und ja, Leute. Da würde ich sagen, sehen wir uns morgen im nächsten Video. Haut rein und macht's gut, Freunde. Ciao. Bis zum nächsten Mal.